Neben dem Anhänger sollte vor allem das Pferd optimal für den Transport vorbereitet werden. Zuallererst sollte das Pferd bereits einige Zeit vorm Fahrladen Kraftfutter gefressen haben, damit es entspannt und stressfrei auf dem Anhänger stehen kann. Ich würde einfach empfehlen, die Fütterungszeiten, wenn es geht, rechtzeitig vor den Transport zu legen, dass auch eine gewisse Verdauung schon da ist und dass das Pferd nicht noch im Futtereifer ist, wenn es verladen wird. Zur Ausrüstung des Pferdes für den Transport gehört ein Halfter mit Strick, um das Pferd auf den Anhänger zu führen. Ob eine Pferdedecke aufgelegt wird, ist abhängig von Wetter und Jahreszeit. Im Sommer helfen Fliegendecken, das Pferd während der Fahrt vor der Belästigung durch Insekten zu schützen. An kälteren Tagen ist beim Transport noch eine atmungsaktive Abschwitzdecke empfehlenswert. Transportgamaschen sind keine Pflicht, aus Sicherheitsgründen aber empfehlenswert. Während des Verladens und Aufenthalts auf dem Anhänger schützen Sie die Pferdebeine vor Verletzungen. Falls Transportgamaschen verwendet werden, werden diese erst kurz vorm Verladen angelegt. Nach dem Abladen werden sie zeitnah abgenommen, damit sich die Wärme an den Pferdebeinen nicht staut. Um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden, wird das Pferd immer ungesattelt und ungetrenzt auf dem Anhänger transportiert. Ansonsten kann es beim Verladen beispielsweise mit dem Sattelblatt an der Außenwand des Anhängers hängenbleiben und sich verletzen. Zudem ist die Fahrt so für das Pferd angenehmer. Das Risiko, dass bei dem Transport mit Satteln für das Pferd etwas passieren könnte, ist eigentlich viel zu hoch. Das Pferd fühlt sich auch unwohl. So vorbereitet kann das Pferd nun verladen werden.